was geht ab liebe community herzlich willkommen heute zum unboxing von diesem paket hier ich habe was cooles bestellt und zwar sind das leinwände und die werden wir uns jetzt zusammen angucken ich hoffe ihr freut euch drauf abonnieren und nicht stornieren wie immer und lasst den like da und das öffnen wir jetzt auf jeden fall ist das von poster xxl die hatten so in aktion sonst kosten die irgendwie 30 euro und da hatten die für acht euro einmal in 30 x 20 zentimeter und für drei euro und eben die 20 mal irgendwas auf jeden fall habe ich ja ein youtube zimmer geplant und das sind ja mehrere leinwände also die hänge ich mir dann auch so das gute stück so dass hier als erstes also jetzt nico logo hänge ich mir wie gesagt im zimmer auf sehr cool die qualität ist auch sehr geil muss ich ehrlich sagen guckt euch diese qualität mal an leute das ist sehr geil als nächstes mein neffe und ich beim loss place in so comic art was sagt ihr dazu sieht doch geil aus oder doch steht irgendwie für freundschaft das bild wird das auch mega geil ihr werdet gleich sehen warum die person kennt ihr auch ist eine person aus wuppertal war schon mehrmals jetzt da zu gamescom zeiten und so und in der zeit war die person im wildhafen und da haben wir was unternommen und zwar ein bild von lucas und mir freundschaftlich hat natürlich die qualität ist auch sehr gut auf jeden fall wo wir da mit der cola anstoßen beide mit cola hier oder ich habe doch ich habe da eine fanta gehabt genau ich glaube fanta aber sehr cool jetzt kommt das geilste das größte das ist noch mal extra verpackt und zwar noch mal ein lost place bild das gleiche wie hier eins ist von meinem neffe und zwar das hier ist von meinem neffe alex kannst du bei mir abholen kriegst du geschenk von mir als erinnerung und das hänge ich mein zimmer auf das ist sehr sehr geil so wirklich die qualität ist übelst geil und auch nach der schwarze rahmen darum für acht euro leute es ist hammer ich habe mir überlegt auch vielleicht vor den fan treffen und so wo ich mit paar abonnenten bilder gemacht habe und so die auch auszudrucken beziehungsweise auf leinwände zu machen und die dann im zimmer irgendwie aufzuhängen ich muss nur gucken ich will ja so youtube leinwand machen praktisch also so ein youtube wand und da muss ich mal gucken das hat jetzt zwar nichts mit youtube zu tun aber es steht einfach für freundschaft und auf eine gute freundschaft ich hoffe die freundschaft hält noch sehr lange mit lukas ist immer korrekt drauf auch wenn da so weit weg fuhrt aber ja man muss sich halt aufeinander verlassen könnte also einmal dass das das und was meine neppe kriegt hat das sieht auch sehr geil aus welch mit euch auch noch mal machen weil das so komikart ist und ansonsten lasst doch gern bleibt abonnieren statt sturmieren beziehungsweise bis zum nächsten mal und ich würde mich freuen wenn ihr mir die 3k bald voll macht macht gerne werbung ansonsten am sonntag kommt wahrscheinlich noch ein neuer blog online dass du bescheid bist auch drei euer nico